Musik So, jetzt geht es um Ihre Sicherheit, liebe Zuschauer. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit ist dieses Sicherheitsgefühl bei vielen Menschen noch ausgeprägter als das vielleicht in den Sommermonaten der Fall ist. Es wird späthell morgens, es wird früh wieder dunkel in den Abendstunden. Und wenn man unterwegs ist und vielleicht mal eine Stunde oder zwei länger unterwegs ist, hat man so das Gefühl, dass das eigene Zuhause vielleicht dann doch in der Dunkelheit von dem einen oder anderen frequentiert wird, der da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Und genau deswegen ist man auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten, die einem ein gewisses Maß an Sicherheit versprechen. Und genau diese Möglichkeiten haben wir heute für Sie. Überwachungskameras für den Innen- und für den Außenbereich. Und da sind richtig tolle Modelle mit dabei. Alleine das erste Modell, Ingo, was wir jetzt vorstellen werden, zählt zu den beliebtesten Modellen, kostet nicht viel und bietet ein für mich persönlich Maximum an Sicherheit. Ja, wir sprechen hier von einer Outdoor-IP-WLAN-Kamera. Wir haben sie hier mal stehen. Das ist die Kamera. So wird die angehängt, ganz einfach mit dem Stativ. Und dann hängt die draußen. Sie brauchen keine Kabel. Und vor allem, sie ist dann immer mit dem Internet verbunden. Sie brauchen keine Kabel, weil die einen sehr leistungsstarken Akku drin hat. Und dann haben sie hier eben ständig das, weil sie mit dem WLAN verbunden ist, mit dem Internet, egal wo sie sind, haben sie einen Blick, was diese Kamera sieht. Die kann man jetzt mal auf eine dunkle Ecke, auf einem Fahrradkeller, auf dem Vorgarten, überall hinhängen. Und liefert dann eben ein Full-HD-Bild. Das Tolle hier an dieser Kamera, wie gesagt, sie braucht keine Kabel, ist natürlich absolut wetterfest. Die hat einen Akku drin und dieser Akku hält. Und jetzt halte ich fest, ein Jahr im Standby-Betrieb. Zwölf Monate. Zwölf Monate. Das ist ja der Wahnsinn. Überwachung, zwölf Monate. Ja. Ich kann mich jetzt mal realistisch betrachten. Die Kamera wird hier und da mal auslösen. Ja, da wird mal eine Katze vorbeilaufen, da wird mal irgendwo was an Bewegung da sein. Realistisch betrachtet hält so ein Akku ungefähr, so sechs, sieben, acht Monate. Wie mal Daumen. Ja. Aber es ist trotzdem eine komplette Saisonszeit. Das heißt, jetzt aufgeladen, wird er mit Sicherheit bis in die Sommersaison hinein seinen Dienst tun. Dann hängt man sie kurz ab, macht sie mal über Nacht ans Netz dran. Ja. Und dann ist er wieder für viele Monate einsatzbereit, ohne dass ich an einen Steckplatz, an eine Steckdose oder sonst irgendwas denken muss. Das ist großartig. Und du kannst sie eben mit einer App sehen. Guck mal hier. Das ist die App. Und hier haben wir jetzt ein Live-Bild. Wir haben da vorne noch eine Kamera hingestellt. Und die zeigt jetzt hier auf die Bühne. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn Sie das sehen können. Das sind wir hier jetzt auf der Bühne. Deswegen fühlst du dich beobachtet. Und das Bild, guck mal hier. Ich kann sogar reinzoomen. Siehst du das? Das gibt es da gar nicht. Das ist ja der Hammer. Und das ist ein Live-Bild in Full HD. Ich kann das Bild auch noch riesengroß machen. Es ist wirklich toll, was wir hier mit machen können mit einer App. Und da kannst du eben auch mehrere Kameras davon kombinieren. Ich mache das Bild mal groß hier. Siehst du? Jetzt hast du einen vollen Blick, was die Kamera gerade sieht. Wir sitzen hier jetzt gerade und können uns hier eben reinzoomen. Guck mal. Das ist ein Live-Bild. Das sieht man mich jetzt hier eben, wie ich das Tablet halte. Und das eben in Full HD. So kannst du das weltweit sehen. Du kannst also im Urlaub sein auf Mallorca. Du kannst bei der Arbeit sein und siehst dann immer, was diese Kamera sieht. Ich finde das eine unglaubliche Technik, wie weit wir damit heute schon sind. Sie braucht keine Batterie. Das ist es ja. Weil sie einen Akku hat. Sie braucht keine Stromleitung, weil sie einen Akku hat. Und Merbit, du hältst die da gerade so schön. Da gibt es noch eine andere Vorrichtung, um die anzubringen. Das ist so eine Halbkugel. Das heißt, diese Halbkugel, die da hinten dran ist, können Sie einfach irgendwo an die Wand schrauben. Und dann können Sie die Kamera, die ist magnetisch, ausgerichtet, können Sie die Kamera in jede Richtung drehen, die Sie wollen. Sehen Sie das? Und dann, wenn Sie die laden wollen, nehmen Sie sie einfach ab, laden Sie und legen Sie wieder rauf. Und schon haben Sie wieder Ruhe für viele, viele Monate. Das heißt, du kannst hier natürlich auch mal dorthin hängen, wo man sie jetzt nicht direkt erreichen könnte, zum Beispiel mal in drei, vier Meter Höhe oder was, eine lange Leiter oder vom Balkongeländer weg oder sonst wohin dort, wo man normalerweise dann jetzt nicht unbedingt Kabel verlegen möchte. Du möchtest jetzt nicht auf drei Meter Höhe ein komplettes Kabel, die ganze Hauswand runter bis zur nächsten Steckdose legen. Das heißt also überall dort, wo man überhaupt keine Chance hätte mit einer klassischen Stromverbindung zu einer Steckdose hin, ist diese Kamera natürlich perfekt. Das funktioniert tagsüber und in der Nacht, die hat Infrarot-Nachtsicht, richtig? Ganz genau, die hat Infrarot-Nachtsicht, da können wir bis zu zehn Meter weit gucken. Sie hat einen sehr weiten Blickwinkel, also 130 Grad, also noch Weitwinkel, da entgeht einem also wirklich überhaupt gar nichts. Sie hat diese Standby-Funktion, dass sie eben sehr, sehr lange hält und dann tatsächlich hier ganz einfach ranmachen hier mit dieser Magnethalterung, finde ich. Und dann sehen Sie, egal ob Sie ein Android haben oder ein Apple-Gerät, können Sie auf der App, eben wie ich es Ihnen gezeigt habe, das Live-Bild sehen von dieser Kamera und hören. Die hat sogar ein Mikrofon und einen Lautsprecher drin. Das heißt, du kannst auch noch kommunizieren, wenn mal der Briefträger kommt und ein Paket von Pearl bringt und Sie sind nicht zu Hause, können Sie sagen, ja, legen Sie es einfach in den Kelleraufgang, ich bin gleich zu Hause. Super, ist natürlich auch wetterfest und sendet dir auch Push-Benachrichtigungen. Das heißt, wenn sich etwas davor bewegt, dann kriegst du ein Live-Bild davon, ein Foto, was da gerade los ist. Das ist unglaublich beruhigend, wenn man mal im Urlaub ist, wenn man mal nicht zu Hause ist, dass man weiß, was da los ist, ob das jetzt irgendein Hund ist, der bei Ihnen einen Vorgarten macht oder irgendjemand, der Ihre Mülltonne missbraucht mit Graffitis oder seinen eigenen Müll da reintut, obwohl du selber dafür bezahlen musst. Ist einfach eine ganz, ganz tolle Kamera, ein absoluter Bestseller von uns hier. Diese Visortec Outdoor-IP-Kamera. Ich finde die auch sehr schön gelungen und klein, natürlich absolut wetterfest. So eine Überwachungskamera, das wäre was für jeden, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat irgendwie ein teures Fahrrad oder ein E-Bike, da wollen wir gar nicht von reden. E-Bikes kosten mehrere tausend Euro und das wäre wirklich blöd, wenn sowas geklaut wird. Sie haben immer den richtigen Blick darauf. Immer wenn sich was bewegt, wird das übrigens auf eine kleine SD-Karte aufgenommen, die hinten reingesteckt wird. Und damit haben Sie dann immer Video. Also auch so Stellen, wo man nicht oft ist, zum Beispiel, wenn man einen Wohnwagen irgendwo stehen hat, über den Winter jetzt gerade, dann kann man eben trotzdem sehen, dass das alles überwacht wird. Alles ohne Kabel, das können Sie selber installieren. Und das mit zwölf Monaten Standby-Betrieb, wie gesagt realistisch betrachtet, wird die Kamera sicherlich hier und da mal auslösen, wobei man logischerweise auch die Empfindlichkeit und dergleichen einstellen kann, dass sie nicht bei jedem Wackeln eines Astes dann gleich loslegt und die eine halbe Stunde Filmmaterial produziert. Da hat man ungefähr so sechs, sieben, acht Monate, Sie merken bewusst, ich werde da bewusst nicht so direkte, konkrete Angaben, aber viele, viele Monate wird Ihnen der Akku zur Verfügung stehen. Und das liegt bei uns bei gerade mal 75,99 Euro für ein Maximum an Sicherheit an dieser Stelle mit der NX4959 und der 569. Richtig interessant ist es aber natürlich auch vielleicht mal für den einen oder anderen Besitzer eines Grundstücks eines Hauses eine Kamera zu haben, die einem potenziellen Eindringling folgt, sodass man keinen wirklichen toten Winkel mehr hat. Also eine Kamera, die nicht nur einen bestimmten Bereich eines Grundstücks abdeckt, sondern tatsächlich einen kompletten Bereich, weil sie ganz einfach demjenigen, der da nichts zu suchen hat, in der Bewegung folgt. Und genau eine solche Kamera haben wir jetzt hier, das kommt aus dem Englischen, nennt man Pan-Tilt. Und ich habe so das Gefühl, bei dem Solarpanel auch da muss ich für keine Stromzufuhr mehr sorgen, oder? Das hast du richtig erkannt. Die hat ein Solarpanel und versorgt sich selber mit Strom. Wer hält die da mal gerade? Und Sie sehen, die hat ein Gelenk, das sich also um 360 Grad drehen kann und hoch runter. Das ist das Pan-Tilt, heißt das auf Deutsch. Und damit entgeht einem gar nichts. Das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie irgendwo anders sind, gucken in jede Richtung, nach rechts, nach links, nach oben und unten. Damit können Sie natürlich einen viel größeren Bereich abdecken als mit einer einzelnen Kamera. Wir haben hier tatsächlich eine Kamera, die wirklich in alle Richtungen sich drehen lässt. Und du hast es richtig gesagt, sie hat eine sogenannte Follow-Me-Funktion. Das heißt, wenn sich etwas davor bewegt, nimmt es nicht nur auf, es folgt auch dem Gegenstand. Wenn da jemand von rechts nach links geht, dann folgt die Kamera von rechts nach links. Das ist einfach unglaublich, nimmt das eben auch noch auf. Es ist eben toll, dass hier gar kein Winkeleim entgehen kann mit dieser tollen Kamera, weil man eben in alle Richtungen gucken kann. Und es macht natürlich richtig Sinn, dass das der Fall ist, liebe Zuschauer, denn das deckt tatsächlich mal einen kompletten großen Bereich ab. Sie haben vielleicht eine große Einfahrt, vielleicht daneben eine schwer einsehbare Garage, die noch dazu kommt, vielleicht noch irgendwo einen Zaunbereich, der vielleicht auch von dicken Hecken umspannt wird, wo es auch die Nachbarn nicht mal eben kurz schauen können, ob da alles in Ordnung ist. Dann wissen Sie natürlich mit so einer Kamera, die tatsächlich nach rechts und nach links, nach oben und nach unten schwenkt, immer, was ist denn da eigentlich los? Ja, vor allem das ist ein Bereich, sag ich mal, wo du normalerweise mehrere Kameras aufhängen müsstest. Das ist der Punkt. Zwei, drei brauchst du hier, um die Winkel zu treffen. Mit so einer Kamera folgt sie der Bewegung. Und damit, glaube ich, ist jedem Einzelnen gelaufen. Ja, und du kannst eben auch einen viel größeren Bereich manuell sehen. Du kannst mit der App, kannst du nach rechts, links, nach oben und unten, kannst du hier richtig steuern, diese Kamera. Und damit entgeht einem gar nichts. Sie hat natürlich auch Nachtsicht hier sogar 30 Meter, ist wetterfest und hat dieses Tracking. Hat auch diese Zwei-Wege-Kommunikation, das heißt, Sie können mit dem, was sich davor bewegt, kommunizieren, Sie hören, was der sagt und können mit dem sprechen. Und nochmal, Sie haben weltweit Zugriff drauf, weil es eben im Internet ist und weltweit bedeutet eben bei der Arbeit oder in Mexiko, in Acapulco am Strand, wie man will. Also ist es doch, zum einen informiert mich die Kamera natürlich darüber, wenn sich etwas im Einzugsbereich des Bewegungsmelders getan hat, das heißt, dann bekomme ich eine gewisse Push-Nachricht. Ich kann aber auch jederzeit mal selber, auch mal eigenständig, wenn ich dieses komische Kribbeln im Bauch habe, wenn ich dieses unangenehme Gefühl habe, irgendetwas ist nicht in Ordnung, so dieser siebte Sinn, von dem man immer spricht, den kann ich im Prinzip damit ein Stück weit überlisten, indem ich mir ganz einfach mal das Handy schnappe und egal, ob ich jetzt beim Nachbarn zum Kaffee trinken bin oder eben auf Mallorca oder in Acapulco am Strand liege und mir gerade die Sonne auf die Nase wende. Acapulco, das klingt gut. Oder klingt doch hervorragend, da wäre ich jetzt auch gerne, aber trotzdem müsste ich ganz gerne auch bei mir zu Hause im Vorgarten oder hinten eben im Gartenbereich, da wo die Kellertür ist, wo man vielleicht auch so etwas leichter reinkommen könnte ins Haus, ob da alles in Ordnung ist, dann schnappe ich mir eben mal das Handy und werfe ganz einfach mal einen Blick drauf und schaue mal eben nach rechts und nach links, ob da noch alles in Ordnung ist oder ob es da einen gewissen Handlungsbedarf gibt. Du kannst sehen, wer dich besucht hat, du kannst sehen, wie gesagt, der berühmte Hund, der in den Vorgarten gekackt hat, wem der gehört, hast du es dann auch noch auf Video. Also, ja, ich meine, das klingt albern, das klingt albern, das sind nun mal Alltagssituationen. Ja. Na, aber hast du einen Garten oder Vorgarten? Also bei meinen Eltern haben wir einen großen Garten und der ist nicht überwacht und der geht auch schön hinten so um die Ecke, das heißt, da kann man dann ungestört irgendwas machen. Also da wäre ja sowas perfekt. Absolut, ja. Also so hat jeder irgendeinen, das ist bei deinen Eltern ja gerade so ein Garten, der ist eben unbewacht, da guckt nie jemand raus. Bei uns auch die Straße, haben wir einen Vorgarten, aber nach hinten ist ein Bahndamm, kann man einfach... Das ist kein Hindernis für jemanden, der es ernsthaft versucht. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ich sag mal, so eine Kamera wird niemals einen Einbruch verhindern können, niemals 100 Prozent. Aber natürlich gibt Ihnen so eine Kamera, so eine Kameraüberwachung dann doch ein gesundes Maß an Sicherheit, weil man natürlich, ich sag mal, es schreckt ja auch ab. So eine Kamera schreckt auch ab, wenn du mich persönlich fragst und ich würde also auch, wenn Sie mich persönlich fragen in jedem Baumarkt, was kriegen Sie diese Schilder? So groß wie irgendwie möglich, ein Schild kaufen, dieser Bereich wird Video überwacht. Wenn in Ihrer Straße zehn Häuser stehen, davon sind acht mit Videokameras ausgestattet und werden entsprechend überwacht, zwei davon nicht, können Sie sich wahrscheinlich an zwei Fingern abzählen, welche Häuser da wahrscheinlich als nächstes irgendwo in Betracht gezogen werden, um sich da mal in Ruhe umzuschauen, ob da Wertsachen drin sind. Das würde ich also definitiv kenntlich machen und ich glaube für 123, 124 Euro knapp vergibt man sich da nichts mit so einer Kamera, die definitiv auch abschreckend ist. So, dann haben wir natürlich jetzt hier auch diesen Vorteil, dass eben die Kamera einem bewegten Hindernis folgt. Ja und guck mal, die kann sogar, wenn du es einstellst, zwischen Tieren und Personen unterscheiden. Das heißt, wenn da mal irgendwie ein Vögelchen oder ein Eichhörnchen auf dem Rasen ist, dann nimmt die nicht auf, wenn man das will, eben nur Personen. Perfekte Kamera ist also meine Favoriten-Outdoor-Kamera, muss ich sagen. Definitiv auch. Weil du musst sie nicht mit Strom versorgen, keine Kabel ganz einfach anzubringen und super leicht zu installieren. Das Ganze wird bei der wie auch bei dieser Kamera auf eine Micro SD-Karte aufgenommen. Hier haben wir eine 128 GB große Karte, die hält auch monatelang, wo diese Bilder eben aufgenommen werden. Am besten gleich mitbestellen von Intenso, also Markenqualität, Class 10 ist sehr robust und liest und schreibt sehr schnell. Eine tolle Karte, früher waren Festplatten so groß. Hier 22,79 Euro, toller Preis. Da kann es ja nichts mehr gegen sagen, 128 GB Speicher für keine 23 Euro, als hätte sie mir vor drei, vier Jahren gesagt, da hätte ich laut gelacht, da hätte ich ja zumindest das Doppelche für auf den Tisch gelegt. Und unsere Kunden entscheiden sich natürlich ganz klar, wenn es eine neue Kamera gibt, egal ob die kleine oder die etwas größere, die Pan-Tilt-Kamera, logischerweise dann auch immerhin mit der Kombination oder für die Kombination mit den Speicherkarten, haben sie beides zusammen, dann werden die Kameras installiert und dann ist erstmal die nächsten Monate Ruhe. Sie schauen zwischendurch aufs Handy, ob da auch alles in Ordnung ist und ich glaube, da kann man also wirklich bei der Preisgestaltung überhaupt nicht meckern. Jetzt haben wir Ihnen zwei einzelne Modelle vorgestellt, das kleine Modell natürlich kabellos aufgrund des starken Akkus, sehr, sehr interessant, ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer oder auch das größere Modell, was eben über das Solarpanel ebenfalls wieder jederzeit mit Energie versorgt und sogar einem potenziellen Eindringling in der Bewegung folgen wird. Jetzt wird der eine oder andere gesagt haben, ja, ist schon eine tolle Angelegenheit, wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich überwachen möchte, aber bei mir zu Hause gibt es dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu überwachen. Da gibt es einen Einfahrtsbereich, da gibt es vielleicht einen Garagenbereich, da gibt es noch einen Gartenbereich, da wäre so ein richtiges Kamerasystem super und am besten natürlich noch eins, was ich mir ganz einfach mal zu Hause auf dem Fernseher mal eben kurz von den Kameras her durchklicken kann. Und genau solche Systeme haben noch vor wenigen Jahren mehrere tausend Mark, später mehrere tausend Euro gekostet. Pöld TV macht so ein Überwachungssystem regelrecht bezahlbar. Und jetzt haben wir ein fantastisches Funkkamerasystem mit vier Kameras und einem Festplattenrekorder, wo Sie jederzeit mal nach dem Rechten schauen können und damit können Sie locker mal vier Bereiche des Hauses, des Grundstückes super überwachen. Ja, guck mal, Merve hat hier schon eine dieser Kameras in der Hand. Wir haben vier von diesen Kameras im Set mit diesem tollen Receiver hier drin, dem Recorder. Und hier wird jetzt das Signal per Funk dran übertragen. Per Funk bedeutet, dass wir hier also gar keine Störungen haben. Wir haben hier, sehen hier auf dem Monitor, wir haben vier Kameras installiert. Dieses hier ist das, was Merve gerade hält. Die ist jetzt gerade unsere Kamerafrau hier unten links. Ja. Ja, hallo. Und wir haben dann tatsächlich noch drei weitere Kameras. Da bin ich gerade, sehen Sie. Hallo. Hallo, Merve. Hallo. Du machst das ganz toll. Ja, wir haben jetzt den Job gewechselt. Sie sehen die Farben und als Carsten ist da hinten auch noch sehr gut zu erkennen. Toller, toller Kontrast, super Bild. Es ist in Full HD. Alle vier Kameras sind in Full HD. Und wir haben die hier im Studio ein bisschen verteilt. Hier haben wir im Autoset, das kennen Sie von anderen Sendungen. Soll ich mal hingehen? Haben wir draußen? Ja, willst du mal hingehen? Ja. Geh mal hin. Ja, dann flitze ich mal hin. Wo hast du die eine bei uns an die Maske? Also der eine ist im Autoset, die andere ist auf dem Weg zur Maske von da. Da komme ich am nächsten hin. Gleich werden wir Carsten sehen. Da sehen Sie, er haut ab. Und gleich wird er hier aufbauchen in diesem Bild. Und das schließen Sie ganz einfach an den Fernseher an mit einem HDMI-Kabel. Und das ist das Tolle hier dran. Sie stellen ihn an Ihren Fernseher neben dem freien HDMI-Slot. Da kommt der Carsten. Sehen Sie ihn? Hier oben ist er drin. Da ist Carsten. Ganz cool auf seinem Auto da. Carsten, kannst du uns hören? Ja, klar. Super, ne? Wir können das sogar im Dunkeln machen. Die hat nämlich Infrarot-Nachtsicht. Und das können Sie dann einfach, wenn Sie es eben am Fernseher angeschlossen haben. Und Sie hören irgendwo ein Geräusch. Schalten Sie einfach um und fühlen Sie sich dann wieder sicher. Jetzt geht Carsten zur nächsten Kamera. Und das ist hier schon ziemlich dunkel. Das ist relativ dunkel. Da haben wir hier halt jetzt unseren Gang zur Garderobe. Ich hoffe, wir sehen ihn auch gleich. Da hinten kommt er um die Ecke. Er schleicht sich ran. Wie ein Stalker, kann man nicht anders sagen. Carsten ist ein bisschen beängstigend in der Situation. Aber wir sehen ihn trotzdem. Ich kann das Bild sogar groß machen. Schauen Sie mal. Das hat keinen Sinn. Jetzt hat er sich auf die Toilette verirrt. Jetzt bringt er Farbe ins Spiel. Das ist ja wirklich. Carsten, wir sehen dich trotzdem. Du kannst machen, was du willst. Okay, dann warte. Jetzt kann er hier nach draußen gehen. Und dann sehen wir ihn gleich vor unserer Garderobe. Und das ist dieses vor der Garderobe. Ist ja natürlich auch Nachtsicht, weil es im Moment dunkel ist draußen. Das ist, würde ich mal sagen, 30, 40 Meter weg und durch zwei dicke Wände. Und schauen Sie mal die Qualität an. Ich mache das mal groß, das Bild hier. Moment. Na? Da sehen wir ihn. Das ist jetzt Nachtsicht. Da ist dunkel bei uns. Und trotzdem haben Sie dieses tolle Bild da. Und wie gesagt, das ist ein kinderleicht zu installieren. Sie stecken die Kamera einfach in die Steckdose. Merwe hat hier eine. Die stecken Sie einfach nur in die Steckdose und schon fängt sie an zu senden. Sie müssen keine weiteren Kabel verlegen, kein Internet konfigurieren, gar nichts. Einfach die Kamera irgendwo anbauen und dann wird dieser Bereich hier aufgenommen. Und Sie kriegen vier Kameras und das Überwachungssystem, auf dem Sie sogar aufnehmen können. Also hat auch Bewegungserkennung mit automatischer Aufnahme, alles dabei. Hier mit dieser tollen, tollen, mit diesem tollen, tollen System. Das gibt Ihnen Sicherheit. Es ist einfach toll, dass Sie hier jederzeit auf dem Fernseher einfach mal umschalten können. Sie können es, wenn Sie den Receiver können Sie auch mit dem Internet verbinden. Dann können Sie das auch wieder weltweit drauf zugreifen. Auf diese vier Kameras. Da ist unser Carsten. Hier sehen wir übrigens Diana, wie sie ihr Anwesen mal überprüft. Diana hat ein sehr großes Anwesen, da ist ihr Pool, haben Sie es gesehen? Und gerade wenn man mal so, wenn man mal beim Fernsehen sitzt oder ein Buch liest und man hört irgendein Geräusch, dann fühlt man sich unsicher, wenn man irgendwas hört. Gerade im Moment, entschuldige bitte, du sitzt zu Hause auf dem Sofa, mir geht es doch nicht anders. Gut, ich wohne in der zweiten Etage, da ist es unwahrscheinlich. Beim Erdgeschoss, du sitzt da, guckst aufs Fenster raus, alles was du siehst, ist ein Spiegelbild von deinem Wohnzimmer. Du hast keine Tiefe, gar nichts. Da könnte ein Mensch, irgendein Langfinger oder sowas, zwei Meter vor deinem Fenster stehen. Du siehst es einfach nicht. Du siehst ihn einfach nicht. Du siehst dich. Ja, komisches Gefühl. Und die Nacht, du hast es gesehen, in der Dunkelheit mehr, das ist doch fantastisch, die Qualität hier. Ja, auch die Gesichter. Also ich finde, man sieht auch die Gesichter gut und das ist auch manchmal einfach wichtig. Falls mal was passiert, dass man da nicht nur eine Gestalt sieht, sondern wirklich auch das Gesicht sieht. Ja, und es sind keine Folgekosten. Es sind keine Folgekosten. Sie müssen nicht an irgendeinem Service noch dafür bezahlen. Es sind einfach vier Kameras mit diesem Festplattenrekorder, mit diesem Receiver und dann können Sie das sehen. Die Reichweite von diesen Kameras ist 250 Meter. Und wie gesagt, da wo du eben warst, das ist weit weg und da sind zwei Betonwände dazwischen. Die Qualität ist beeindruckend. Also hier oben rechts, müsst ihr schätzen, von hier aus, also 100 Meter sind das locker. Ja, also die Bereiche abzuwandern, eben das war ein halber Marathon, den ich hier durchs Studiegerand bin. Wahnsinn. Ja, aber du hast Spaß mit der Kamera, ne? Ja, ich habe viel Spaß damit. Ich bin jetzt Kamerafrau geworden. Du bist jetzt Kamerafrau geworden. Jetzt kann man natürlich bei so einem System, also auch jederzeit mal in die Menüführung reingehen. Ja. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, ich bin hier, keine Ahnung, von neun bis mittags um zwei oder was bin ich zu Hause. Da ist es helllichter Tag, da möchte ich jetzt keine Kameraüberwachung haben. Aber wenn ich jetzt mal abends unterwegs bin, wenn es dunkel wird, möchte ich die Sicherheit einer Kameraüberwachung haben. Natürlich auch einen Zeitplan erstellen für alle Kameras gleichzeitig, für einzelne Kameras. Also es ist eine sehr, sehr interessante und sehr intuitiv zu gestaltende Menüführung mit dabei. Also das ist überhaupt kein Thema. Und ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, ich habe nicht alles mitbekommen. Aber natürlich kann ich mir auch diese Bilder jederzeit mobil auf dem Smartphone zum Beispiel anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Auch die vergibt natürlich entsprechende Push-Nachrichten, wenn ich das einstelle. Das ist übrigens die gleiche App wie für die anderen Kameras. Sie können das alles kombinieren, auch mehrfach gerne. Also das ist ja das Tolle an diesem Elysion-System, das so heißt, die App, mit der Sie eben, jede Kamera hat ihren eigenen Knopf, den Sie draufdrücken. Dann können Sie sehen, was diese Kamera sieht. Hier, wie gesagt, vier Kameras in Full HD. Wenn sich etwas bewegt, wird es aufgenommen, wenn Sie eine Festplatte reinstecken. Und es werden alle vier Bilder gleichzeitig aufgenommen. Das ist auch nochmal was Besonderes, dass alle vier Bilder gleichzeitig in Full HD aufgenommen werden. Es ist ohne Kabel. Das heißt, Sie stecken es einfach nur in die Steckdose und schon wird damit aufgenommen. Die Installation ist wirklich kinderleicht. Die ist kinderleicht, das können Sie auch. Sie brauchen kein, was weiß ich, Überwachungssystem, Techniker, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die Berufsgruppe, dafür zu bestellen. Das können Sie selber machen. Einfach die Kamera an die Wand schrauben, Steckdose und schon wird es hier drahtlos übertragen. Der muss auch nur in den Fernseher reingesteckt werden und schon haben Sie dieses tolle Bild. Sie können Tageslicht, Nachtlicht und jedes Bild einzeln riesengroß haben, haben wir Ihnen gezeigt. Das sind schon mal andere Aufnahmen, als wir es aus Fernsehsendungen wie XY kennen. Wenn da Überwachungskameras irgendwie gezeigt werden, das ist meistens so grau in grau und man kann gar nichts richtig erkennen. Das hier ist in Farbe, Full HD und in Nacht eben. Du hast gesehen, bei Nacht kann man sogar die Gesichter sehr gut erkennen. Es ist einfach toll. Und da ist eben richtig gute Qualität hier von Visortec, die hier gemacht wurde. Und wie gesagt, es ist so toll, dass es so einfach ist. Vor ein paar Jahren hättest du da noch, was weiß ich, was konfigurieren müssen und Kabel legen. Wir haben jetzt dieses Überwachungssystem hier wirklich zum tollen, tollen Preis. Vier Kameras, der Rekorder, den Sie direkt an den Fernseher anschließen können. Damit haben Sie immer weltweit alles im Blick, was da passiert. Oder eben, wie wir es hier gemacht haben, auch einfach an den Fernseher stecken. Man fühlt sich damit einfach sicherer. Es gibt ein Gefühl von Sicherheit. Es ist kinderleicht zu installieren. Und Sie haben ja ein komplettes Überwachungssystem. Und Sie sind damals im Urlaub gewesen. Und Sie kriegen auf einmal einen Anruf, waren also auf einer Nordseeinsel, kriegen einen Anruf von zu Hause. Da sagt unser Nachbar, ich glaube, bei euch ist eingebrochen worden. Die Haustür steht sperrangelweit auf. Ein paar Klamotten liegen vor der Tür. Das macht ihr doch normalerweise nicht, wenn ihr in den Urlaub fahrt. So hat sich mein Vater ins Auto gesetzt und ist dann entsprechend wieder nach Hause gefahren. Und da haben also ein paar Langfinger definitiv versucht, bei uns einzubrechen. Die waren auch drin. Wir hatten damals eine Galeriewohnung bei meinen Eltern. Und die haben also alle Klamotten von meinen Eltern und so weiter. Alles das, was irgendwie wert hatte, dann unten aus der Galerie raus ins Wohnzimmer geschmissen. Es war ein heilloses Chaos. Im Bezugedessen hat mein Vater also auch gesagt, jetzt bin ich satt. Jetzt packe ich hier ein Überwachungssystem, eine Sicherheitsanlage mit hinein. Es kam auch ein Techniker. Und ich weiß, dass mein Vater damals gesagt hat, also ganz ehrlich, da können Sie uns zweimal ausräumen, so teuer wie das Ganze ist. Wir reden von ein paar tausend Mark, die das damals noch gekostet hätte. Mit einem riesengroßen Aufwand, mit Kabelage und, und, und. Und mittlerweile reden wir jetzt hier von einem Preis von noch nicht mal 190 Euro. Über 500 Euro die UVP des Herstellers. Schon sehr günstig. Hier kriegen Sie für knapp 190 Euro vier Kameras. Sie kriegen den Rekorder mit dazu. Sie bekommen eine Full-HD-Technik. Sie bekommen eine Nachtsichtfunktion mit allem drum und dran. Aber unbezahlbar, wenn Sie mich persönlich fragen, ist dieses massive Gefühl von Sicherheit, einfach zu wissen, was tut sich bei mir auf dem Grundstück. Ist alles in Ordnung oder gibt es da tatsächlich Handlungsbedarf? Finde ich eine ganz tolle Geschichte für so kleines Geld, für knapp 190 Euro, Port- und Versandkosten frei, mal eben kurz eine Sicherheit zu haben. Und wenn es mal eben ist, du bist unterwegs, du siehst in den Nachrichten, Mensch, im Westen Deutschland hat es geregnet, hat es gestürmt, da haben wir windstärke 10, 12, wieder Bäume umgeknickst. Und du guckst mal eben vom Urlaub aus mal eben kurz in die Kameras rein, schaust mal eben, ob noch alles in Ordnung ist oder ob du vielleicht jemanden informieren solltest, der mal nach dem Rechten schaut. Ich finde es spitzenklasse, was wir hier haben. Ja, da können Sie eine Festplatte reintun, die dann eben tatsächlich die Aufnahmen auch speichert, wenn sich etwas davor bewegt. Auch Kinder leicht zu installieren, die schieben Sie einfach hinten rein. Das ist eine 1 Terabyte große Festplatte hier für gut 50 Euro, also auch sehr, sehr preiswert. Markenqualität von Western Digital. Da können Sie, wenn am Tag drei Stunden aufgenommen wird, was schon sehr, sehr viel ist, können Sie da tatsächlich zwei, drei Monate, bis die voll ist. Wenn die voll ist, wird die letzte Aufnahme wieder gelöscht. Also da können Sie sich darauf verlassen. Das ist völlig ausreichend für unser tolles System hier. Macht also wirklich Sinn. Und viele oder die meisten unserer Kunden bestellen die gleich mit dazu. Ich meine, einfach mal nachschauen. Ist schon eine sehr sichere und sehr coole Angelegenheit. Aber natürlich das, was man sieht, eben auch mal zu speichern, automatisch auch gerne speichern zu lassen. Vom System lässt sich natürlich alles einstellen. Macht schon Sinn. Und insofern würde ich Ihnen empfehlen, tatsächlich diese gut 50 Euro vielleicht noch zusätzlich in die Hand zu nehmen und die Festplatte noch dazu zu bestellen mit der ZX 2312 und die 569. Da sind sie auf der sicheren Seite begonnen. Dann haben wir unsere Reise in die Welt der Sicherheit mit diesem kleinen Kameraden. Eine perfekte Outdoor-Kamera, Ingo. Vor allen Dingen kabellos mit einem unglaublich starken Akku. Die hat einen sehr starken Akku. Sie brauchen keine Kabel, um die zu installieren. Und dann haben wir hier ein 1i, also bis zu einem Jahr im Standby-Betrieb. Wenn sich davor was bewegt, du hast recht, wird es wahrscheinlich ein halbes, dreiviertel Jahr nur halten. Aber egal, die können Sie einfach nur ab und zu mal laden. Für Outdoor perfekt. Sie haben alles im Blick in Full HD weltweit. So und das für gerade mal 75,99 Euro. War schon mehrmals ausverkauft hier bei uns im Programm. Wird gerne bestellt, weil es leicht zu installieren ist, weil sie denkbar einfach eingerichtet werden kann, weil Sie immer bestens informiert sind per Tag über. Genauso wie in der Nacht mit allem Schnipp und Schnapp mit einem starken Akku. Und das mit der NX4959 und der 569. Wenn es eine einzelne Kamera sein soll, ist diese sicherlich auch für Sie von Interesse. Denn die folgt einem beweglichen Gegenstand. Einem Menschen, der sich da auf dem Grundstück rumdrückt und sich logischerweise bewegt. Auch das ist ein tolles Modell, Ingo. Auch das ist ein tolles Modell. Wir haben hier wieder mal ein Live-Bild. Kann ich jederzeit von der Welt, egal wo ich bin, im Internet sehen, was diese Kamera sieht. Sie folgt Leuten, die sich davor bewegen. Nimmt das alles auf einer SD-Karte auf. Da brauchen Sie überhaupt kein Kabel, keinen Strom. Brauchen Sie nicht mal zu laden. Die lädt sich selber mit dem Solarpanel. Auch hier weltweit. Ihnen entgeht nichts in jede Richtung. Jeder Winkel kann sich diese Kamera einstellen. Ja, die ist schon klasse. Also allein mal die Tatsache, dass Sie eben einem bewegten Objekt folgt. Das heißt, einem Langfinger beispielsweise, der sich auf Ihrem Grundstück bewegt, dem folgt Sie automatisch. Sie können aber auch jederzeit mal von unterwegs rein, schauen mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten schwenken und mal eben kurz nach dem rechten sehen. Und müssen sich wirklich um die Akkukapazität keine Gedanken mehr machen, weil das Solarpanel da oben diese Aufgabe übernimmt. Für knapp 124 Euro mit der ZX 5034 und der 569. Und volle Sicherheit auch gerne bis zu vier Bereiche. Gleichzeitig bietet Ihnen natürlich dieses Sicherheitssystem hier, was jetzt schon stark nachgefragt ist, für kleines Geld. Ein Funksystem natürlich jetzt hier Spitzenklasse, tagsüber, nachts in Full-HD-Qualität. Also das ist wirklich mal ein System für allejenigen, die ein maximales Sicherheitsbedürfnis in verschiedenen Bereichen ihres Grundstücks haben. Ja, wir sehen das hier. Vier Kameras, Funkkameras, die drahtlos übertragen. Sie stecken die in die Steckdose und schon wird das Bild an diese kleine Kiste übertragen. Einen Festplattenrekorder, den schließen Sie einfach an Ihren Fernseher an und schon haben Sie ein Live-Bild von diesen vier Kameras. Es kann aufgenommen werden auf die Festplatte, die wir Ihnen auch angeboten haben. Dann wird alles aufgenommen, was sich hierfür bewegt, auf allen vier Kameras. Und Sie können das auch per Internet jederzeit sehen, was passiert bei mir überhaupt zu Hause. Wenn Sie zu Hause auch vor dem Fernseher sitzen, ein Geräusch hören, gibt es nichts Besseres für draußen als dieses Vier-Kamera-Überwachungssystem. Und jeder hört abends mal dieses Knacken, gerade jetzt im Winter. Mensch, wir haben noch ein paar Wochen Winter. Und vor allen Dingen ist das nicht der letzte Winter, den wir haben. Der nächste kommt ganz bestimmt. Das ist so eine Überwachungsanlage, so ein Überwachungssystem. Da hast du viele Jahre Freude dran. Egal, ob du jetzt zu Hause bist, ob du knacken hörst und dich unwohl fühlst, wenn du den nächsten Urlaub machst und so weiter. Du hast immer mal eine Möglichkeit, natürlich auch die Kameras mal zu versetzen, mal in andere Bereiche reinzupacken. Also das ist wirklich ein Maximum an Sicherheit für knapp 190 Euro. Denken Sie an die Festplatte, dann können Sie die Aufnahmen auch noch speichern. Kommen nochmal 50 Euro dazu. Aber ich glaube, das ist alles machbar. Knapp 230 Euro, beides in der Summe. Überwachungssystem plus Festplatte. Und da sind Sie hier auf der absolut sicheren Seite. Maximale Sicherheit bei Pöll TV mit allem, was dazugehört. Tagsüber und auch nachts immer bestens informiert sein. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit den bestellten Artikeln. Bleiben Sie sicher zu Hause.